Wir sind gestern seit einer langen Anfahrt hier endlich in St. Tropez angekommen, befinden uns jetzt hier am Strand. Es ist natürlich schwer, gehört hier im Umlauf, wenn man sich das so beguckt, die ganzen Anwesenden da auf dem Vilsen. Wir haben da auch mal ein bisschen was zu gefilmt. Wir hoffen, dass ihr das gut erkennen könnt. Und verschiedene Beachbars hier auch. Unter anderem ist hier auch der Tahiti Beach Club, wo Robert und Carmen Geissen sehr oft sind. Ja, hier in dieser Bucht hier befinden sich natürlich auch dementsprechend anwesend. Ich hoffe, man kann das erkennen. Auf unserer Webseite könnt ihr es besser sehen, was da für Wohnungen und Häuser da oben auch noch reingehen. Schon eine sehr schöne Kulisse hier. Hier haben wir noch ein paar Eindrücke für den Geschichten und viel Spaß. Hier haben wir noch ein paar Eindrücke für den Geschichten und viel Spaß. Hier haben wir noch ein paar Eindrücke von Tahiti Beach. Das ist auch bekannt, wir haben Untertitelung des ZDF, 2020